Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Lies of PE. Gestern kam das erste Update raus für Lies of PE, abgesehen natürlich vom Day 1 Patch. Und zwar Update 1.02, das habe ich auch schon installiert, das wurde automatisch installiert. Müsst ihr mal selber auf ein Update prüfen und ansonsten einfach mal auf Informationen gehen. Und dann seht ihr hier die Version, ich habe gerade die 1.02. Und mit 1.02 ist genau das eingetreten, bevor ich ein bisschen Angst hatte. Also was heißt Angst? Also es ist schon gut für die ganzen Casual Gamer da draußen und die die Probleme mit dem Spiel haben. Aber es schmälert ein wenig die Leistung von mir und auch ein paar Kollegen aus der Community, die das Game auf dem ersten Patch durchgespielt haben. Weil mit Patch 1.02 kam eine ganze Menge Nerfs für die Gegner und Buffs für einen selber raus. Also einer Seite, die HP, bestimmter Feldmonster, wurde verringert. Also eigentlich wurde durchweg fast alles verringert. Von 4 Bossen wurde die HP-Leiste verringert. Gefallener Erzbischof, das ist mir auch gestern schon aufgefallen, als ich gegen den gekämpft habe. Der hatte gar kein Leben mehr. King of Puppets ist mir auch aufgefallen. Erste Phase, der hatte gar kein Leben mehr. Den habe ich gefühlt mit einer Combo gekillt. Ich glaube ein bisschen mehr als 10.000, das im NG plus 2. Simon Manus habe ich auch First Strike geschafft. Also es ist wirklich sehr einfach geworden. Und was ich auch krass finde, nicht nur dass die HP gesenkt wurde, sondern auch, dass viele Gegner jetzt öfter gedownt werden. Das ist mir auch extrem aufgefallen. Im Prinzip jeder Mini-Boss bei zwei Attacken wird gedownt. Das heißt, der Überwältigungsangriff wurde stark erhöht. Die Dropraten wurden angepasst. Das finde ich aber allerdings gut, weil Droprate gerade für Sternfragmente fand ich zu hoch. Weil ich habe mittlerweile schon über 100 Sternfragmente. Kann ich das hier sehen in der Tasche? Hier habe ich es gefunden. Ich habe schon 150 Sternfragmente im NG plus 2. Also die findet man wirklich am laufenden Band. Das finde ich ganz gut, dass da die Droprate ein bisschen runtergegangen ist. Weil das war wirklich viel zu viel. Fast jeder Mini-Boss hat eigentlich ein Sternfragment fallen gelassen. Droprate von Ergo-Gegebenständen wurden erhöht. Was natürlich auch dazu führt, dass das Level erhöht wird. Ergo-Belohnungen von bestimmten Monster nach den Lorethinia-Arkaden wurden erhöht. Also ihr seht schon, durchweg wurde das Game leichter gemacht. Und das finde ich schade, muss ich tatsächlich sagen. Weil mir eigentlich der Schwierigkeitsgrad bis auf die ersten 3 Stunden sehr gut gefallen hat. Die ersten 3 Stunden, gerade so die ersten 2 Boss-Gegner, ersten 3 Boss-Gegner sind sehr stark, weil einem da ja die Organe fehlen. Aber alles danach fand ich eigentlich im Schwierigkeitsgrad sehr gut gebalanced, muss ich tatsächlich sagen. Hat aber schon befürchtet, weil ich gesehen habe, viele haben Probleme mit dem Game. So ein Allotrix zum Beispiel hat glaube ich sogar das Game gecancelt, weil er nicht mehr weiterkam. Und ist wahrscheinlich für die Casual-Leute ganz gut und auch für die Verkaufzahlen. Deswegen eigentlich ein Pluspunkt für das Game, alles gut. Nur ich finde es persönlich schade. Hätte mir gewünscht, dass da nicht so viel genervt würde. Und ich bin davon überzeugt, dass bald noch ein Nerf kommt, weil es immer noch zu schwer ist für manche Leute. Gerade so ein Nameless Puppet und Lachs hier. Aber naja. Mich würde extrem eure Meinung zum Patch interessieren. Findet ihr auch, wie ich, dass das Game jetzt zu einfach wird in Anführungsstrichen? Oder freut ihr euch, weil ihr Probleme hattet mit dem Game? Und schaut jetzt auf jeden Fall nochmal rein und hat euch das Game gefrustet und gefreut euch über den Patch? Oder eher so ein bisschen dagegen? Würde mich sehr interessieren, ob ich der Einzige bin mit der Meinung oder ihr vielleicht auch? Was wir noch gar nicht besprochen haben, es wurden natürlich auch ein paar Bugs gefixt. Also wenn ihr den ein oder anderen Bug hattet, dann gibt es hier auch ein paar Fixes. Werde ich euch unten alles markieren. Da könnt ihr euch die ganzen Patch-Notes selber durchlesen. Und wenn ihr zu Likes of Pining verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Ich bin ja auch gerade noch dabei, die Platin zu holen. Da fehlen mir noch zwei Trophäen, die ich hoffentlich morgen im Stream hinkriege. Das ist nur noch Rise of P. Das letzte geheime Ende, was ich holen muss. Und damit einhergehend die Sophia-Trophäe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like auf das Video freuen und sage bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.